Hallo Freunde, kannst du flühen? Boah, kannst du wie nur meine Freunde mit nem Familiendrama Luna veröffentlicht einen Song mit David Guetta Luna, ich dachte dir geht's so schlecht, man ich will jetzt keine Vorwürfe oder irgendwelche oder irgendwelche äh, äh, irgendwelche Vorwürfe hier machen, wegen trauerlich oder so, aber warum veröffentlicht du einen Song mit David Guetta so ein Party-Song in deiner Phase wäre ich nur ein Torapointen oder so, ist kein Front oder so aber ich wollte dir ja nur sagen, dass man äh, in dieser Situation, wo du bist vielleicht ein bisschen anders handeln solltest, verstehst du? man sollte irgendwie nicht so hier äh, Songs drum, wenn sowas passiert ist, such dir einen Therapeuten der kümmert sich um die Sache und dein Bruder kommt dann ins Gefängnis für diese Sachen, weil sowas geht gar nicht und dann hat sich die Sache auch erledigt aber irgendwie gleich Songs wieder okay, man muss immer Business im Kopf haben wie Money, keine Frage aber Psycho ist wichtiger als Money, merkt euch das was bringt euch Money, wenn die Gesundheit geäfft ist, meine Freunde, gar nichts dann könnt ihr, könnt ihr Bill Gates sein aber wenn eure sicher am Arsch ist komplett weg, meine Freunde okay, meine Freunde, das war's Video von mir, dann Bross abonniert, like, nicht vergessen, meine Freunde bis zum nächsten Mal, meine Freunde bis zum nächsten Mal, meine Freunde bis zum nächsten Mal, wir sehen uns